Minecraft in verschiedenen Altern. Das bin ich und ich bin ein Jahr alt. Um älter zu werden, drücke jetzt auf den Like-Button in drei Sekunden. Danke Leute, das bin ich mit 15 Jahren. Sieht so aus, als hätte ich jetzt eine Freundin bekommen. Abonniert, damit ich noch älter werden kann. Wow, es sieht so aus, jetzt haben wir jetzt sogar eine Familie. Und ich bin gerade mal 50 Jahre alt. Kommentiere jetzt, ich habe abonniert, in den nächsten drei Sekunden, damit ich älter werde. Ich bin 100 Jahre alt.